Ich bin Isabel. Und ich bin Johannes. Und wir studieren Wirtschaftsinformatik im Master an der TU Ilmenau. Ich habe mich entschieden, Wirtschaftsinformatik hier in Ilmenau zu studieren, weil ich gesagt habe, BWL alleine reicht mir nicht. Ich würde gerne noch was dazu haben. Und da war Informatik nah, weil ich mich schon immer für Computer interessiert habe. Man kann hier von dem Studiengang erwarten, dass man auf jeden Fall Spaß hat, dass man interessante Themen kennenlernt, dass man sehr eng mit seinen Dozenten zusammenarbeitet. Also ich würde sagen, das ist für jeden geeignet, der wissen will, wie ein Unternehmen funktioniert. Und natürlich ein gewisses Interesse für Informatik sollte man auch mitbringen. Gewisse Mathematik, Grundkenntnisse sind vielleicht auch nicht schlecht. Hier ist halt die Vereinskultur schon extrem gut. Also es gibt eben so viele Möglichkeiten, dass für jeden eigentlich was dabei ist. Und für mich war halt wichtig, dass ich was finde, wo ich auch ein bisschen schon Kontakt zu Unternehmen knüpfen kann. Deswegen bin ich eben in die studentische Unternehmensberatung eingetreten. Dass man einfach mit den BWL-Grundkenntnissen, die man aus seinem Bachelor mitbringt, das Ganze ergänzen kann im digitalen Kontext. Und dadurch einfach kennenlernt, was so in der Zukunft die Unternehmen erwartet, dass eigentlich die Digitalisierung noch ziemlich am Anfang steht. Und man dann als Wirtschaftsinformatiker natürlich da gut eingreifen kann. In unserem Studium ist es nicht nur so, dass man nur in der Vorlesung sitzt, sondern wir machen auch relativ viel praktisch, sodass man Übungen hat, beispielsweise Simulationen. Man kann eigentlich jeden Abend irgendwo hingehen, entweder WG-Partys oder Vereinssitzungen oder irgendwelche Angebote wie Unikino. Wirtschaftsinformatik mit meinem Handballhintergrund ist eigentlich so der Mittelmann, der sozusagen das Spiel organisieren muss, vermitteln muss zwischen seinen Mitspielern, auch mal klare Ansagen macht, was gemacht wird. Unser Studiengang Wirtschaftsinformatik in drei Worten. Vielseitig, hinterdisziplinär und zukunftsorientiert. Bis zum nächsten Mal.